Sie läuft nicht hier, von oben. Komm an. Hä? Wie kommt der denn jetzt her? Wie soll ich das denn machen ohne alles? Alter. Warum hat die INP-Dings bei ihm nicht genutzt gerade? Oh, warum mein Chat weg? Riccardo, der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann Sie nicht hören, Replay. Ihr Signal ist zu schwach. Riccardo? Verdammt! Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal drauf zugreifen muss. Was? 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 Mit all den endlosen Präsentationen und zu uns sind die Verhandlungen wohl doch nicht auf Eis gelegt worden. Jemand im Firmen-Hopps kann sehen, dass die Eingang für den Traum einstecken. Wir haben so eh eine Bestätigungsnachricht erhalten. Okay. Wie soll ich den denn da rumkriegen? Jetzt mal ernsthaft. Und da kommt noch einer. Das sind zwei Stück. EMP funktioniert nicht. Keine Waffen. Wälder, grüß dich. Ich hab keine Ahnung. Riccardo, der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann Sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Riccardo? Verdammt! Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Geräusche? Sie sind nicht hier, Mann. Gar nicht. Ich bin hier. Boah, scheiße. Alter, warum kann ich denn nicht zuhauen? Ist das nicht wie ein Bug oder was? Warum denn? Napfkuchen-Mobs. Hallo, hallo. Ihr kommt gerade im stressigsten Moment. Hallo, hallo und Dankeschön für den Raid. Wie ist es? Wie ist es? Mops Rentner Raid. Ja, da seid ihr bei den nächsten Rentnern gelandet hier. Ich gehe auch schon zu dem Rentner-Parcours mit fast 50. Wir sind hier mitten in Alien Isolation und ich bin ... Ich wollte eigentlich gar nicht mehr so lange machen. Ich bin fix und alle. Uns haben sie alle Buffen abgenommen. Alles. Ich habe nichts mehr. Die haben mir sogar meine Hoffnung abgenommen. Ich bin so nervös. Ich hasse Horrorspiele und ich habe mich breitschlagen lassen von meiner Community. Alien Isolation zu spielen, ne? Linker Serverspeicher. Aktiviert. Rechter Serverspeicher. Aktiviert. Oh. Sehr gut, Grennel, Grennel. Wir können speichern. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben es echt drauf im unpassendsten Moment aufzutauchen. Ey. Ohne Scheiß. Die haben mir hier alles weggenommen und diese komischen Roboter rennen hier rum. Und ich bin gerade dreimal am Stück weggestorben und ... Meine Nerven liegen einfach nur blank gerade. Ich kann mich gar nicht wehren. Ich habe keine Materialien mehr, um was zu bauen. Ich weiß ja, ob ihr das Spiel kennt, ob ihr das auch schon mal gespielt habt. Boah, ich bin so nervös. Kannst du ausbrennen? Kannst du ausbrennen? Ich kann doch einfach nicht ebrennen. Kannst du ausbrennen? Kannst du ausbrennen? Kannst du ausbrennen? Kannst du ausbrennen? Da kommt glaube ich noch was. Hilfe, Entschuldigung. Was hab ich denn? Im Pimile geht wahrscheinlich wieder nicht, ne? Warum geht die denn nicht? Leute, was machen wir jetzt? Brandgranate? Ich hab nix mehr, ich hab nix mehr, ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. Was machen wir jetzt? Ich will nicht. Der Typ, der macht mich alle. Der macht mich alle. Ich krieg den nicht kaputt. Auf den Schwierigkeitsgrad. Kannst probieren, aber ich glaub's nicht. Ich könnte eventuell weglaufen. Dazu müsste ich jetzt mal gucken, wo ich hin muss. Da muss ich hin. Okay, ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermotoren zu erhalten. Mit zwei im reichen von die geißigen Schwach... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jawoll, richtig so, also verdient So, jetzt muss ich nach da oben, Grendel Warum? So, jetzt müssen wir da drauf zurückgreifen, da ist nochmal ein Speicherpunkt Diesi, mach's gut, vielen ihm Dank fürs Dasein Komm gut ins Bettchen Boah ey, ich sag dir, wenn ich das Spiel fertig hab Bitte was? Alter, wie schnell soll's das? Sicherheitsstufe ist zu hoch Ja, und jetzt? Wieso soll ich das denn jetzt machen? Was hab ich jetzt gedrückt? Ich hab einfach irgendwas gedrückt Hier kann ich auch nochmal drücken Alter, das kann's vergessen Das kann's vergessen Ich hab keine Ahnung, was soll ich jetzt machen? Warte mal Um die Sicherheitskapazität zu senken Ja, wie soll ich das denn senken? Ich weiß es nicht Vielleicht hier durch? Äh, Jurin, viel lieben Dank für den Follow Herzlich willkommen Dankeschön Und da ist natürlich der Nächste Ob wir da hin müssen? Gerät, Werk, Waffe hier? Aber ich hab gar nix mehr Ich kann nix mehr bauen Okay, der ist da Okay, hey, hör, ich hab auch Ja, hör, ich hab THERE Geht ich bis Carolina Geht, wenig, duось Geht, wenig, du 재� und du booming Also wirst Ich hör, wenn du schon nach einmal Geht, wenig Geht Geht immer Geht Ich Geht 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 Je Geht Wo ist der? Ich probiere es einfach mal, warte mal, ne hier, ne von hier, da rein. Oh, ich bin fertig. Ich bin absolut fertig. Ich glaube, wir machen Feier. Ich würde echt gerne noch Molly nehmen, ne? Schicksal. Morgen. Gemeinsam. Sie können, was machen Sie hier? Wälderchen, grüß dich und der Matze, hallo Lu. Zeigen Sie sich, zeigen Sie sich, wo Sie auf sind. Nein, ich will mich nicht zeigen, hau ab. Ich hasse euch. Nein. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Ich werde sie sowieso finden. Alter Falter. Dann verschwende ich, Firmenzeit. Verschwunden. Wie rollt sich's los? Ja, Bilderchen. Das... Kann sein. Warte mal, ich muss an die... Wahrscheinlich hier an dem Kern irgendwie. Ich muss da irgendwas sehen. Irgendwie wahrscheinlich irgendeinen Druckknopf. Boah, wie mach ich das? Ja, ja, ich bin da. Also hier war ich noch nie, ne? Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahren-Eindämmungsstufe. Ich hab aber auch gar nichts mehr. Ja. 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 Was ist das? Das ist sicher nur ein Missverständnis. Serviceanforderungen aus Partyschläger. Ich weiß nicht, wie ich an denen vorbeikommen soll. Ich muss einfach probieren. Bringt ja nichts, wenn ich mich jetzt hier verstecke. Kommt die hier rein jetzt? Ich bin mir nicht, wie ich nicht hier verstecke. Ah, ist sie auch nur versteckt. Ich bin auch so ein Schisser, ey. Oh, ich krieg das im Leben nicht hin. Was passiert denn, wenn ein 3 von 3 ist? Die ist nicht zu hoch. Oh, ich bin einfach nur zu langsam. Ich bin ein alter Mann. Ich krieg das nicht hin. Alter. Alter. Ah! Das krieg ich nie wieder hin. Ein bisschen wieder eingegangen. Ich habe ihn nicht verletzt. Es gibt auch die Verlusten. Wir werden wiederholen. Ich bin jetzt nicht verletzt. Ich weiß nicht, warum ich es deshalb bin ich. Ich bin jetzt, dass ich nicht verletzt habe. Es geht nicht. Oh, wie man? Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Soll es. Was zur Hölle? Zwei Tage, nachdem wir los sind? Das kann nicht wahr sein. Hundesöhne! Es ist nicht auf der verdammten Station. Was? Scheiße! Da suchen sie nur den zentralen Reaktor. Watt, watt ist mit mit Game. Ich bin mitten in der Mitte erst? Wo muss ich denn jetzt? Wo muss ich denn jetzt hin? Oder? Weyland Yutani. Wir bauen bessere Welten. So, Schauhans Bericht. Kein Audio. Nix. Schließen Sie die 13. Mission ab. Ich mach gleich mal ne Lösung auf. Ich will mich nicht spoilern, aber ich will nur mal gucken, wie viel das noch ist. Was gibt's zu berichten? Apollo folgt Weyland-Yutani-Protokollen. Wer bitte? Seasen hat sich verkauft. Ricardo, Apollo weigert sich nachzugeben. Angeblich stimmt was mit dem Reaktor nicht. Sie gehören zur Firma. Sagen Sie ihm, das juckt sie nicht und er soll tun, was sie sagen. Tut mir leid, Ricardo, aber ich bin nur ein kleiner Fisch. Ich, Samuels, Taylor, wir alle. Wenn wir was wert wären, würde Apollo uns wahrscheinlich nicht so ohne weiteres sterben lassen. Ganz kurz. Warte, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich erst in der Mitte vom Spiel bin. Also beim besten Willen nicht. Warte mal. Die 13. Mission, ach du Scheiße, das sind 18 Missionen. Es sind 18 Missionen. Wenn das jetzt gerade die 13. war. 14 ist Reaktoruntersuchung. Ja. Juhu. Ach, Grendel, Ruhe da. Oh, die sind, die sind aber friedlich. Noch. Da komm ich nicht dran. Ja, das ist das wäre toll. Gute. Hier. Ich kann den, der, der Steine in meiner Justice in der, der, der im Essen schon mal machen. Da ist das auch mal zu verstehen. Und, ja. Und, ja. Ja. Dann. Und, ja. Ich habe das. Ich habe das. halt mit bestrafung das spiel, wenn ich so eine angst habe Alter Falter, ich hätte nie gedacht, so weit es überhaupt zu kommen Oha Da komme ich nicht vorbei Oha Ich hasse diese Symbionten. Ich hab blöd, ich bin so blöd, ne? Hast du das auch gespielt, äh, aus Andreas Andreas, oder was? Ich hab doch gerade geguckt, da war doch keiner. Dann kriegt man die gar nicht weggemacht im Nahkampf. Die kriegst du nicht weg, ne? Die kriegst du einfach nicht weg. Jetzt bin ich tot. Kann man die nicht weghauen? Ich war der Meinung, ich konnte die damals weghauen. Ähm, EMP-Gerät bin ich so auf die Schnauze gefallen. Okay. Okay. Ich bastel jetzt mal eine. Oh doch, geht wieder. Im Kern, die haben's nicht genommen. So, ich speichere nochmal. Also im Kern hab ich zwei, drei verballert. Äh, da ging das nicht. Ich will das jetzt nochmal gespeichert haben, damit der weg ist. Ich bin der weg, ich bin der weg. Oh! Ah! den habe ich mich gerade gesucht ich Mensch, gib mir doch meine Waffen zurück, ey. Das ist so fies, dass sie mir die Waffen weggenommen haben, ne? Da bin ich echt beliegend. Das ist so fies, dass sie mir die Waffen weggenommen haben. Ah, wo gehst du hin? Das ist so fies, dass sie mir die Waffen weggenommen haben. Hm. Kann ich die ausschalten irgendwo? Den Kamerafeed? Da muss sie irgendwie ausgehen. Ach, da könnte ich vielleicht reingehen können, ne? Aber wo ist das Ding? Hm, 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 hm. Warte mal, der zeigt doch hier an. Hm, da ist er. Morgen. Herr Matze, danke dir für den Follower. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Das ist mal schweißen. So. Sehr schön. Hier habe ich die Lampe gerade verballert. Gar nicht ausgabt. Oh Mann, ey. Bitte was, sind die Syntheten zusammen oder was? Ich verarsche mich doch. Ich habe jetzt gespeichert. Ich gucke mal, ob der böse ist. Haben die rote Augen? Ich gucke mal, ob der böse ist. Gut. Gut. Jetzt kommen Sie mit mir. Momentan spiele ich alles, was mir Bock macht. Aber Horrorgames sind halt mein Kryptonit. Ich finde sie einen Weg aus der Maschinenwerkstatt, also hier in dem Bereich. Kann ich die nicht vermöbeln? Ich weiß nicht, dass ich die Maschinenwerkstatt habe. Ich weiß nicht, dass ich die Maschinenwerkstatt habe. Das war's für heute. Wollen Sie mehr über Führerskerbotsicherheitswundschaften erfahren? Sie sollten nicht hier sein. Ach man, warum denn? Was soll ich denn an dem vorbeikommen, ey? Ne, hab ich noch nicht. Okay, da bin ich geil. Geh auf weg. Geh auf weg. Geh auf weg. Geh da wieder in den Gang rein. Geh auf weg. 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 Geht. Boah! Boah! Aber erst nachdem ich geblockt habe. Ich glaube echt mein Hund muss draus. Das war's.